Servus Leute. Servus. Willkommen zu Par 25. 25. Wäre schon leben, ne? 25, ja. Also wir machen jetzt Lightning. Hikio, man. Damage! Was mir ist, ist sowas von egal. Mich interessiert auch die Hauptstory. Weil er gehts grad richtig ab. Aber ich wüsste eh noch in welche von den 8 Welten ich gehen sollte. Okay, dann machen wir jetzt die Story von Lightning. Das Regium der Göttin. Und so, weißt wo ich halt. Ja, Valhalla, Mann. Ey, schau unbedingt nach Valhalla. Also es kann jetzt sein, dass wir alle gespoilert werden. Das ist egal, Valhalla. Wir sehen ja auch eine offenbar wichtige Information zum Hauptspielen. Nicht vorzugreifen, mit daher dringend empfohlen uns nicht die Haupthandlung zu Ende zu spielen. Er hat's doch erst zu Ende zu spielen, oder zu spoilern? Ja, er wird zu Ende spielen. Okay. Aber ihr wisst schon mal, wir können das spielen. Ey, das ist so Zigeuner, ich will das. Nein. Ich weiß nicht, wir haben so viele Sachen freigeschaltet. Da waren wir ja schon. Ja, ja. Da waren wir eigentlich auch schon. Das ist alles Standard-Ding. Hä? Dann gehen wir da hin. Ja, Akademie. Oder Akademia. Ich hoffe nicht, dass wir da schon waren. Ne, waren wir auch nicht. Also wir haben zumindest noch keine Fragmente gefunden. Zumindest das. Und ja. Oh, ich hätte so Bock, Lightning wieder zu zocken. Aber, üuh, macht die Story kaputt. Ich mach' nicht klar kaputt. Vor allem erstmal zu Ende spielen, bis wir das zu Ende haben, weil ich gar nicht mehr, dass ich das gekauft hab. Ja. Haha. Die Macht, um die Zukunft zu beeinflussen, die Macht, um die Destinie zu verhindern. Oh, Kapitel 4. Das war ja richtig. Ja, aber die geben ja als... Äh, Mindestvoraussetzung, dass du in Kapitel 2 bist. Wir sind immerhin schon Kapitel 4, also... Daher... Okay, eine Antwort. Das ist ja schon stark. Wow. Wie bauen Sie etwas wie das? Ein bisschen an einem Zeitpunkt, glaube ich. Wahrscheinlich hat sich viele Leute zusammenarbeitet, um über Jahrzehnte. Vielleicht sogar Jahrzehnte, um diese Stadt zu machen, wie es jetzt ist. Sie hatten eine Vision für die Zukunft, und es wurde von da, oder? Mhm. Sie wissen, was, Sarah? Hm. Ich dachte, dass die einzige Weg, um einen besseren Zukunft zu machen, war, um etwas zu ändern, in dem hier und jetzt zu ändern. Aber zu schaffen etwas, um die Leute zu bauen? Das ist nicht eine schlechte Idee. Right? Selbst wenn es nicht in einem Jahrzehnte sein kann, ist es immer gut zu beginnen. Wenn du glaubst, dass jemand in der nächsten Generation das gleiche Ideal steckt, dann wird der Traum weitergehen. Das klingt wie die Hoffnung. Ich wünsche, dass sie es gesehen hat. Du? Hm. Sie ist sehr speziell bei dir, nicht wahr? Sie war. Aber ich kann sie nicht schützen. Was? 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 Oha. War das nicht gerade so ein... 4Cs oder so? Ja, jetzt haben wir auch LCs. Wir haben ja gerade Smile drauf geklatscht, oder? Weißt du nicht? Er hat das nur erkannt. Oh, das war ein... The Sea... Blablabla... Töten... Keine Ahnung... Ich mach die alle fertig... Ich hätte zwar noch gerne meine neue Waffe ausgerüstet, aber bei so einer Zeit natürlich auch. Oder ist die ausgerüstet? Nein, ich glaub, du musst die erst ausgerüstet. Nur im Balance müssen. Wie viele sind dann, ne? Ich mein bloß, weil die umfallen wie Wassersäcke. T-Mops. Okay, äh... Ausrüstung... 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 ... Merkert... ... ... Okay, 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 musst du das jetzt irgendwie verstehen? Was, war die Waffe davor scheiße, oder was? Die wir jetzt gekauft haben? Nee, eigentlich nicht, das sind beides Waffen, die wir davor schon hatten. Das war die Waffe, die wir früher mal hatten. Okay. Also irgendwie fehlt die andere. Keine Ahnung, wohin jetzt. Vielleicht kommt die ja noch. Inventar? Äh, Inventar? Okay. Nee, das ist für den da und das ist für dir. Okay. Keine Ahnung, wo die Waffe hin ist. Vielleicht kommt die irgendwo noch. Oder wir gucken einfach später. Warte mal, haben wir auch neue Kleidung gekauft gehabt. Ah, die ist da, oder was? Okay. Okay. Nee, ich schluck bei dir. Bock hat aber auch jetzt. Nee, der hat keiner. Haben wir ja nicht gekauft. Ah, bloß nicht original Kleidung. Guckt euch mal den Schwachsinn an. Jetzt mal ernsthaft, da krieg ich nen Hals. Okay, ähm. Also die Kleidung ist drin, die Waffe nicht. Sehr komisch. Dann gehen wir einfach mal so anders hin. Dann gehen wir einfach mal so hin. Okay, wir sind nicht gerade stark. Ja, das muss ich auch mal behaupten, ne? Also irgendwas läuft hier schief. Oh, da ist es die neue Waffe. Ach, der hat keinen Sinn, weil die hat ja diese Special-Fähigkeit irgendwie nicht, oder? Ja, sie muss doch kommen. Okay, das Treble macht. Ah, die bombardieren uns hier mit den Gegnern. Ja, aber die bringen gar nichts. Ich glaube, du musst da einen Schalter betätigen. Ist aber schon ein Schalter? Rot. Ja, raus, was hier passiert ist. Alter, wo ist wieder ein Schalter? Da ist, da ist auch ein Schalter. Das Ding man schon, oder? Ja, klar. Schalter, Monitor. Ah, für mich ist ein Schalter, das ist ein Zelda-Ding. Ein riesen Hebel zum Umblick. Das ist kein Zelda, wo du erkennst, das ist Side Definition, man. Da ist ein Schalter, ein Monitor. Du sagst, der Kleidmonitor. Alter, du hast Probleme. Wenn du auf Scheiß gerade noch gewöhnt bist, bin ich ja nicht so viel. Wir hatten eine Nintendo zuhause. Ja, aber ich sehe trotzdem Heide, finde ich nicht. Ich denke mir das halt aus. Ja. Blau und so jetzt. Ah, Turbo, man. Das nennt ich eine Rolltreppe. Das ist so ein Schrott wie bei uns. Das ist knapp überflüssig, um anzugreifen, echt. Zum ersten Mal, wie viel bringen wir? Zwei. Zwei Punkte. Ich hab gesagt, ja, den musst du ignorieren willst. Ja, geht schlecht, ne, wenn die mal am Weg stehen. Hier rufen sie ganz, da gebracht. Wir haben Minsko-Prost bekommen. Guck, ich wollte nur vorbeilaufen, aber das geht nicht. Ah, da bin ich nicht umgedreht, da ist auch Weihnachten vorbei. Das ist voll. Hallo, im Sch... Monitor. Das ist doch wie China-Arzt. Schau. Okay, dann vorne nochmal das Gleise. Ich hoffe, das ist auch ein Monitor. Da ist nix. Ey, ich wollte nur gucken, ob da... Du warst da schon zum Triebe mal. Das ist mir egal, ich wollte nur gucken. Langsam. Ich hoffe, das ist oder nicht immer wieder. Da ist er auch schon kam auf. Da ist er noch nicht weg. Oh, ich habe einen Monitor. Wir können uns nicht wiederholen, wenn wir nicht wissen, was wir haben. Da ist eine Küche. Da ist eine Küche. Nein, wirklich. Das ist so, oder? Ja. Wenn er Null-Jill kostet. Ich muss behaupten, dass der das ist. Also Zera flügelt Sigma. Oh, weil der ist besser. Ja, dann kauf den. Weil wir haben 14.000. Ja, kauf den mal. Warte mal, ich guck erst noch mal. Weil der ist sehr flügelt. Omega ist noch ein Stück besser. Und der kostet auch nicht so viel. Eigentlich könnten wir den direkt kaufen. Ja, aber wir brauchen erst einen Sigma. Ja, deswegen sag ich ja, kauf den. Ja, jetzt kannst du den ja kaufen. Jetzt sind wir nicht zufrieden. Alter, übertreib. Und was will der? Fisch? Ja, der hat auch keine gescheite Waffe. Ja, aber ich mein, vielleicht hat die Tussi eine gescheite Waffe für den. Obwohl, der ist sogar besser. Als den, den wir egal gekauft haben. Oh, der hier ist cool. Ja, der ist so. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Okay. Oh, der ist so. Die sieht aber wie schwul aus. Weil die hat da vorne so so'n Ding. Der ist so. Der ist so. Der ist so. Der ist so dünn und dann fett. Ja, das klappt sich dann ja auch und ist dann Bogen. Aber du kannst es halt nicht anzeigen lassen. Der ist so. Das ist egal. Okay. So. Da haben wir unsere Waffe. Ja. Ja, das ist ein bisschen Leben. Jetzt machen wir mal wieder Schaden. Hahaha. Das müssen wir nicht noch genug machen. Oh. Warum weiß jeder was ein Paradox ist? 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 Ist da irgendwas, was wir tun können, um Hilfe zu helfen? Es ist. Der Paradox scheint sich aus unseren Topografischen Datenbank zu verbreiten. Wenn wir diese Seite mit den richtigen Daten verbreiten können, vielleicht können wir die Korruption zu verhindern. Und wir können dich das helfen? Ja, du kannst. Was wir brauchen, sind Daten von Plätzen, die jemanden hat physisch besucht. Wir brauchen Area-Maps, die 100% confirmiert sind. Kabel vollständig auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt. Ja, mach halt. Haben wir schon irgendwas erfunden? Ich glaube Nuts, Gams, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir können ja durchlaufen. Sag das doch mal jemand. Keine Ahnung. Das ist halt, wenn der Sperre ist, ist der Sperre. Ja eigentlich schon, ne? Da ist noch Monster. Ich glaube du kannst ihn durchlaufen. Sie nehmen eine Position in front of the wall. Also was vom Krankenhaus machen wir die. Scheiße. Oh Leute, ihr habt doch nix drauf als der Zahnbelag. Wir haben glaube ich noch ein Schmachtchen. Wir haben das geschafft. Wir haben das geschafft. Wir sind gut zu gehen. Wir sind gut zu gehen. Sarah hat euch alle gezeigt, Mann. Das ist der überdreben. So nötig eigentlich. Oh, da ist ein Roboter. Das ist der mal gespürt. Das ist der mal gespürt. Na komm bloß her. Ich mach dir sowas von kalt. Ich find's einfach nur geil, wie wir uns heilen, wenn wir Gegner angreifen. Ey, das macht sowas von Spaß. Was? Du machst mir Schaden. Ich schau mir die Leben gleich wieder zurück. Kollege. Vor allem greift er nur die an, die eh unendlich leben müssen. 4% waren das, 6% ne? Naja, ich hab nur 3. 3? Das ist geil, das reicht trotzdem. Weil wenn der Gegner erstmal im Schock-Modus drin ist und du machst so 6000 Schaden. Ich schieße den mal halten. Okay. Jetzt mal ernsthaft, was kommen wir in die Fights überhaupt rein? Das ist, also ganz echt, die Fights erinnern mich jetzt zu Dahl an Tales of Grails. Links da, die Treppe hoch. So. Sicherlich kenn die Mini-Karte. Okay. Ey, da war doch so ein Ausrufbedingungs. Ja, aber ich dachte vielleicht ist da irgendwie noch was anderes. Ohhhh. Geil. Mach er fertig. Was ist hier Schluss? Oh, lass sie doch fertig machen. Ne Falle nennt er das? Ah, er hat keine Ahnung vom Leben der Kerl. Was ist das? Oh, man geht da ein bisschen was aus. So. So Runden oder so. Also wenn wir angreifen haben, die das nicht so, ne? Ne. Das nennen die Falle. Wirklich scham. Und wir haben für neu keine DLC-Waffe gekauft. Das ist eine stinknormale. Ah, wie schlecht bist du bitteschön. Ha, der ist ein Däffisch. Das ist ein Däffisch. Ach so. Versuch, dass du Zeit aufzüglichen und du Zeit hast. Das ist keine schlechte Strategie. Du hast keine Grund, mich zu kämpfen, Kaius. Verrückt. Du bist der Feind. Du bist in der Zeitlinie. Ich habe jede Grund, dich zu eliminieren. 200 Jahre vorhin du die Geschichte verlehrt. Und wir sind in der Tower als eine Konfe. Aber jetzt stehst du vor mir wieder in der Welt. Was kann das sein, wenn nicht ein Paradox? Towers und die Geschichte verletzt? Was er spricht? Kann es sein, was von der Zukunft sein? Kann es sein. Vielleicht sind wir 200 Jahre vor dem Zeitpunkt, und wir haben mit Kaius da. Aber ich habe nicht gedacht, dass ihn ihn uns töten. Es gibt keinen Fehler. Du bist eine und die gleiche. Eine Distortion. Eine Kontradition. Kaius. Das ist nicht wie du. Wenn wir in deinem Weg sind, warum nicht nur uns selbst stoppen? Ein gewaltes Wettbewerb war für dich, um dich zu verstehen, um deine Transgriffe zu verstehen. In diesem Ende habe ich ein paar ... ... Unterstützung. Dad kümmer dich. Sarah! Chase! Leirs uns mit .... Oh, Leirs uns jetzt mit ... ... 5 Punkten zurück! Schleisch! Leirs uns jetzt mit ... Das denke ich mir, 5 Punkte und der. Okay! Aber nur 5 Punkte, das ist ja ... Oh, ist er gar nur 2 Punkte? Ich spreche es auf, das brauche ich noch fertig laden lassen Oh wow, einer! Ja, aber das ist ein größerer Ja, die sind noch die schon von vorhin Ich sehe, dass er 2 Runden durchhält So, mach mal Cut auf Na, das kommt schon raus Ok, Gelb, also Wolke, Kai, Jus Jus noch da Oh Gott Gut, das machen wir im nächsten Part Oh ja, das dauert so dann Also Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss, tschüss